Master Vital war ein indischer Filmschauspieler des Maratischen und des Hindi-Films. Leben Sein Bühendebüt hatte er als Kind bei einer Rajapur Karnatak Mandali. Seine erste Arbeit beim Film bekam er als Techniker bei Baburau Painters Filmgesellschaft Maharashtra Film in Kulhapur. In dem Film Kalyan Kajina hatte Vital 1924 unter der Regie von Baburau Painter sein Filmdebüt als Schauspieler. Er spielte eine Tänzerin. In den 1920er Jahren wurde er zum Star der Shada Studios, wo er ab 1925 häufig unter der Regie des Studiogründers Nanupai Desai, sowie anhand Prasar Kapoor und harsche Dreymeta instandreichen Historienfilmen in Douglas Fairbanks Manier auftrat. Seine erste Hauptrolle spielte er in Rattan Manchari. 1930 wechselte Vital zur neu gegründeten Saga Filmkompanie in Bombay. Im folgenden Jahr spielte er neben Zubayda die Hauptrolle im ersten indischen Tonfilm Alamara. Ab den 1940er Jahren trat er regelmäßig in Filmen von Baljipendaka mit Lalita Pava oder Durga Kota auf. Am Ende spielte er nur noch Nebenrollen in maratischen Filmen. Seinen letzten Filmauftritt hatte er 1966, Filmografie, 1924, Kalyan Kajina, 1925, Bajirao Mastani, 1926, Vandemataram Ashram, 1926, Suwana Kamal, 1927, Balidan, 1931, Alamara, 1932, Salim Yavani, 1939, Netaji Palka, 1941, Amritz, 1944, Ramchestri, 1949, Midbaka, 1952, Chhatrapati Shivaji, 1965, Sadimansa. Zubayda Zubayda Zubayda